Schön, dass du hier bist und dir Zeit für dich nimmst. Ich heiße Felix und heute machen wir gemeinsam eine Meditation mit einer Atemübung, bei der du Stress loslassen und dich entspannen kannst. Beim kohärenten Atmen kommen dein Atem, dein Herzschlag und dein Blutkreislauf in Einklang und das wirkt entspannend auf dein Nervensystem. Ich wünsche dir Entspannung mit dieser Meditation. Nimm zu Beginn eine bequeme Meditationshaltung ein. Und wenn du soweit bist, dann schließe deine Augen. Nimm drei tiefe Atemzüge. Atme tief durch die Nase ein. Und durch deinen Mund wieder aus. Noch einmal tief durch deine Nase einatmen. Und durch deinen Mund wieder ausatmen. Ein letztes Mal tief durch deine Nase einatmen. Und die ganze Luft durch deinen Mund wieder ausatmen. Komme nun zu deinem natürlichen Atemrhythmus zurück. Wir machen nun die kohärente Atmung. Wir atmen jeweils fünf Sekunden ein und fünf Sekunden wieder aus, ohne Pause. Am besten atmest du durch die Nase. Wenn es dir schwer fällt, kannst du durch den Mund atmen. Und wir beginnen. Atme für fünf Sekunden ein. Atme für fünf Sekunden aus. Einatmen für fünf Sekunden. Ausatmen für fünf Sekunden. Ausatmen für fünf Sekunden. Ausatmen für fünf Sekunden. Ausatmen für fünf Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, aus, 2, 3, 4, 5, 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen, einatmen, ausatmen, ein, aus, ein, aus, Atme nun für dich in dem Rhythmus weiter, atme 5 Sekunden ein und 5 Sekunden aus, nimm dabei die Entspannung wahr, die durch deinen Körper fließt. Wir kommen nun langsam zum Ende der Meditation. Komme nun langsam wieder zu deiner natürlichen Atmung zurück. Du kannst das kohärente Atmen in deinen Alltag integrieren und diese Übung regelmäßig machen. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne beim Ausatmen langsam wieder deine Augen. Schön, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Wie war die Atemübung für dich? Schreib es doch in die Kommentare unter diesem Video. Wenn du heute Nacht entspannt einschlafen möchtest, dann mach doch eine von meinen Einschlafmeditationen. Ich freue mich, wenn wir öfter zusammen meditieren und du ein Abo auf meinem Kanal da lässt. Bis zum nächsten Mal. Dein Felix